Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folie von HiOnLife. Aber es ist gut, wir wissen, wo der Prinz ist. Sie haben ihn mit dem Rest unserer sacreden Gründe, wenn sie eine neue Basis warpt. Also willst du uns rausziehen und dann die Throne Room zurückwärts? Oh Gott, würdest du wirklich alles für uns tun? Die Basis ist gerade über diesen Tunnel. Danke, danke, danke. Okay, wir sind weg! Alles klar. Also egal ob einer Prinz ausgewählt hätte wahrscheinlich... anders ausgewählt werden sollen, aber es ist okay. Da bauen sie aber auch. Ja, da ist irgendwo ein Prinz. Ich bin ein bisschen nervös. Ich hoffe, er lebe auf der Hype. Hey, hör mal. Wann ist ein Prinz? Naja, du weißt was? Hm? Irgendwas muss es ja... Irgendwas geben. Was? Was? Das grüne Laufen funktioniert nicht wirklich. Oh, vielleicht. Oh. Ja. Ja, ja, genau da wo wir das letzte Zinshot haben. Die Kiste schaut noch so funky aus. Die haben sehr leistige Maschinen. Ja. Die haben sehr leistige Maschinen. Okay. Los geht's los! Hier ist die Base. Jetzt schauen wir noch ganz kurz in die Richtung. Okay. Dann gibt es da irgendwo eine Kiste. Die da oben drinnen ist. Aber wie soll ich da oben hinkommen? Da sind wir ja gestorben. Da oben drinnen ist glaube ich die Kiste. Aber irgendwie ist es halt noch kein... ...richtig smarter Weg. Da... ...autos kommen, oder? Kannste ausprobieren. Sonst laden wir in der Suppe. Den wir da einfach rüber und dashen. Oh mein Gott. Das geht nicht so. Ah, nicht immer gestorben. Auch nicht. Aber da hat er jetzt wieder nicht... ...irgendwo hinkommen. Auch so gelegt. Ja. Da müssen wir noch einmal probieren. Irgendwie muss es ja so gehen, oder? Ah, Jungs, das ist echt schwierig. Da gibt es keinen Aufmerksamkeit. Das hört nicht so auf. Weil... Du musst den Dash genau in die richtige Richtung kostet. Oh lord. Ah, okay. Holden. Tja. So macht man das. Heilige Stütte. Heilige Stütte. Okay. Oh, das ist ein... ...und. Oh, das ist ein... ...und. Oh, das ist ein... ...und. Okay. Das war nicht ganz verstanden. Ist ja nicht so klar, dass wir so durchgehen. Na, oder? Doch. Ach. Ach. Jo. Great. Now let's see if there's a disc in here. Is there a disc? Okay. Let's head back outside and use this to reverse the warp. Nice. Gefühlt... ...müsst jetzt da rausgehen. Oder... ...ich soll jetzt einfach warten. Not sure. Hm. 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 Okay. Warten wir jetzt einfach? Oder... Ah, da kommen wir halt zurück. Gefühlt. Pilzfluss. Tja, dann schauen wir halt kurz den Pilzfluss an. So irgendwie... ...bin ich gefühlt falsch. Bin runter quasi. Von unten ist nicht irgendwie was. Ich muss da rauf. Da kann man brauchen. Ah, da hinten in der Kiste. I don't know. Not easy. Was dauert jetzt da alles? Ah, wapen wir einfach. Schauen was passiert. Ist halt so gedacht wahrscheinlich. Ja. So. Rein damit. Ja. 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 Aber unser Base erbogen. Ist der Schössene? Okay, ich glaube der Lazy Name war appropriat. Der Schössene. Ich glaube, dass der da mal unabsichtlich geworden ist und einfach auch... Ja. Ist ein Leben-Tschüt. Entretär. Und was zur Hölle willst du? Jeeze, jeeze, wir haben dich einfach gespürt. Du weißt, du könntest vielleicht ein bisschen grätevoll sein. Du gespürt mich von was? Ich bin gut. Wir haben gesagt, du hast ein bisschen blank warp disk. Huh? Ja. Ja, ja, sicher. Ich habe ein paar. Ja. Okay, wir haben alles, was wir brauchen. Lass uns zurück in Ranchi's Place und sehen, ob er, du weißt, wir können uns encode sie auf diese Maschine. Ja. 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 Ich bin echt froh, dass du jetzt Tweak kennenlernst. Sagen bitte nichts, was mich beschämen könnte. Ist das der Tweak gewesen, der Prinz? Was ist der Prinz auch so wild? Nun ja, muss ich dir wohl nicht extra sagen, du redest ja sowieso nicht. Das habe ich mir einmal gedacht, das redet eigentlich die ganze Zeit nur die Woche. Wuii! Die Mobiles mal mit den Dingen auch mal kommt. Das ist ja auch wirklich gut. Nein, aber das ist schon. Hey, das geht jetzt hier richtig. Das geht jetzt hier richtig. Das geht jetzt hier richtig. Da ist der Seilfoss. What? Tester. Okay, brauche mal schon ein Jetpack. Wenn der sagt. Wir müssen das ausgehen. Okay. Alles klar. Wir müssen alles erkommen. Sonst wissen wir sie unten. Ui. Okay. Dann können wir, wenn wir im Kampf sind und endlich früher sind. Gene. Nun, damit du es weißt, du kannst durch diese Portaltüren zurückkommen. Teuer. Du kannst von egal aus, wo immer auftauchen und hier abhängen. Yay. Wir können zusammen fernsinnig lange, eigentlich nicht. Manchmal ohne ihn. Hey. Wow. Oh, what a fucking rape off. Wir sind vorab. Oh. 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 Hey, Ranchi. Hey. Are you all right? Are you having a heart attack? Or is it Fergal withdrawals? Does that make you happy? Oh, you love that, don't you? You love to see a master of industry all flummoxed like this all low and... Yeah, maybe. Maybe. Maybe this is a bad time, but could we use your disk encoder real quick? What? No. The encoder is off limits until I get my goddamn Fergal fix. Fergals. Get them. Hurry. 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 What? Uh, hey, tell you what. We're gonna go ahead and use the disk encoder while you're sort of, uh, stuck on the ground like that, doing whatever it is you're doing. So, don't be mad at us. Fuck. Fuck. Okay. Alright, looks like it's working. I'm in a bad spot, man. I don't feel so good. Alright, there we go. Time to warp in Krubus. And then, you know, kill him. If, 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 if we're able to. You ready? You ready? Oh, I'm so cold. Oh, I'm so hot. Oh, I'm so hot. You someone turn on the AC? Oh, no. Oh, no. Oh, no. Hey, shit. Hey, shit. Hey, shit. Please. Get me. Get me. Hey, I have a crazy idea. What if we just swap out this mansion for Krubus's base? We're going to go back and see if there's something to say. Yay. Wait. What? 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 My house. Oh, I'm looking at something normal. What? 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 I've never looked at it anymore. Oh, no, I'm going to be able to go back to this portal. If there's no watermelons. Oh, no. No, no. Oh, no, no. Schatz. Off. Aufnahme. Ähm, ich bin ja gerade durch die Stadt geatschtelt. Und er hat gemeint, ich hab die Trommelfilgen gefunden. Dann sag ich ihm mal ja. Ähm. Ja. Ja. Du Maru Sol, sollte man nie was gesehen hätten. Dem geht es nicht so gut. Kann man sich noch an den Müll wahren? Yay. Da kann man sich leider gerade kein Blurrotor holen. Ja. 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 Also es gibt da wieder ziemlich viel zum Upgrade und so weiter. Dafür einen Kenny. Dafür einen Swiffy. Swiffy? Ja. Es macht Spaß. Jetzt haben wir mal eine Gleitstoff... Gleist... Stoßein halt so. Ja. 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 Das sind keine Modsverbesserungen. Die ist einfach da. Und der Tank ist jetzt auch auch da. Mal schauen, ob wir dann mehr HP haben. Und jetzt werden wir wahrscheinlich zu unserem dollen Boss gehen und den Bosskampf machen. so dann danke fürs zuschauen ich hoffe euch hat das video gefallen und bis zum nächsten mal servus